Freunde und Modellbahnkumpels, auf besonderen Wunsch habe ich noch mal die Miniplatte aufgebaut, die kennt ihr ja auch schon, und zwar die hier, die steht auch noch zum Verkauf, ja, tatsächlich. Inzwischen habe ich hier eine Brücke eingebaut, ist zwar nicht die beste, aber jetzt ist alles fest. So, gut, haben wir hier einen Testzug, das ist eine BA118 mit DR-Waggons, die sind mit Kupplungsstangen verbunden, das kennt ihr ja schon, und da fahren wir mal los. Das erste Mal außenrum. Obenrum habe ich mir noch nicht getraut, da die Brücke ja erst geklebt wurde. Also wie gesagt, diese Mini-Popelplatte steht auch noch zum Verkauf, aber ich werde sie wohl bis Weihnachten aufheben. Damit so, ja, damit das Kind seinen Spaß hat. So, jetzt fahre ich schon am Berg, jetzt wird es lustig, ich werde dir mal die verlierte Hänger. Na, 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 na. Oh, okay. Sieht gut aus. Hat tatsächlich geklappt. Na, 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 na. Na, 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 na Die muss derjenige dann noch anschließen. Und hier? Ha! Ich wusste es doch. So, dann machen wir nämlich jetzt folgendes. Nein, das war falsch. Das war nicht geplant. Ihr seht schon. Ich wollte euch noch zeigen, dass diese Weiche hier noch manuell zu schalten geht, weil da der Antrieb fehlt. So. Wo sind jetzt die Waggons? Jetzt hat sie der Lok wieder schön reingeschoben. Ich wollte nämlich mal andersrum über den Berg fahren. Das will wohl nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle. Schade. Ja, das ist halt nicht so perfekt. Aber so ist das halt bei Live-Aufnahmen. Jetzt fahren wir auch andersrum über den Berg. Und sehen, ob es da besser klappt. Nö, da klappt es ja gar nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, woran das liegt. Und zwar hier. Seht ihr das? Diese Monsterpuffer von der Lok. Die Nerven gewaltig. Deswegen geht das nicht. Also meine Brückenreparatur hat funktioniert. Da brauche ich keine Sorgen zu machen. Na, das habe ich gesagt. Das ist diese hässliche Scheiß-Kupplung hier. Die drückt es hier tatsächlich. Wenn man genau hinguckt. Ich zoome mal ran. Ne, ran zoomen konnte ich nicht. Aber das wird immer ganz scharf stellen. So, jetzt. Da seht ihr es ganz deutlich, was passiert. Der Waggon wird aus dem Gleis gedrückt. Weil diese hässlichen Dreckspuffer von der Lok. Das ist komischerweise bei jedem Waggon. Vermutlich hat es was damit zu tun, weil ich schon mal das Chassis gewechselt habe. Von der Lok. Weil dieses Chassis gehört normalerweise zu der anderen. Mit grauen Drehgestellen. Und die ist natürlich jetzt weg. Blöd. Und deswegen passt das nicht zusammen. Das ist der ganze Grund. Ich kann ja mal eine andere Lok nehmen, wenn das der Fall sein sollte. Ja, da wieder. Das ist einfach, ja, diesmal ist es wieder hinten passiert. Könnt ihr mal ein paar andere Waggons nehmen. Vielleicht liegt es ja daran. Aber definitiv fährt hier eigentlich auf der Platte alles gut. Das ist halt, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich noch mal ein Video machen mit dem Güterzug, ne? Den ich über den Berg schicke. Klappt vielleicht dann besser. Na ja, außenrum funktioniert es ja auch. Hoffentlich jedenfalls. Haben wir ja gerade gesehen, dass es da geht. Also warum sollte es dann bitteschön jetzt auch nicht über den Berg gehen? Ja, da gibt es keine Probleme. Na gut. Ich wollte euch bloß mal diese Mini-Platte zeigen. Gezeller Wunsch von Tim. Wie hast du dieses Video, was nicht perfekt war? Wenn du willst, mach ich nochmal einen Güterzug drauf. Und ganz lang. Amerikanischen hab ich ja keinen mehr. Sonst würdest du dich über den Berg schicken. Ist ja alles weg. Ja, und in dem Sinne. Das war die Mini-Platte von Noch. Teilweise restauriert von mir. Und in dem Sinne. Zum dritten Mal, zum vierten Mal, zum fünften Mal. Jetzt bin ich aber weg. So, tschüss. 쪽 1,2. Vielen Dank.